Eine fröhliche Weihnachtszeit und wir haben eine wunderbare junge Frau heute zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass Lindsey Stirling da ist. Guten Morgen, good morning. Good morning. Eine junge Frau, die ein Phänomen ist. Warum zeigt dieser Einspieler 80 Millionen Klicks im Internet? Das ist das Video Crystalize. Mit diesem Video ist Lindsey Stirling zu einem absoluten Superstar im Netz geworden. 80 Millionen Klicks, wie gesagt, bei YouTube. 80 Millionen Klicks auf YouTube. Lindsey, ist das wie ein Traum, die sich in der Zeit verstanden hat? Es ist wirklich so. Ich kann mich trotzdem nicht verstehen, wie das passiert. Ich fühle mich einfach so glücklich und so glücklich, dass ich es mit Menschen machen kann. Also sie sagt, es ist unglaublich. Sie kann gar nicht glauben, dass das so ein Riesenerfolg geworden ist. Und sie freut sich wahnsinnig, dass sie ihre Musik jetzt mit den Menschen teilen kann. It's your first time in Germany, das erste Mal in Deutschland? No, I've been here several times. And I love Berlin. I love coming here. There's so much art and so many fun. You know, so much art everywhere. On the buildings. So, yeah, Germany is a fun place for me. Also ein toller Ort. Sie mag Deutschland sehr gerne. War schon ein paar Mal hier. Zu deiner Musik vielleicht auch nochmal ein Wort. Du spielst Geige seit 21 Jahren. You play the violin since 21 years. What happened that you don't play as a normal way? Why do you dance with your violin? Warum tanzt du? Wie bist du dazu gekommen zu tanzen? You know, I just, I've always loved dancing. And I was never taught to dance. But I just loved it so much. And so I started trying to incorporate it into my performance. Because I thought, well, I love to play the violin. I love to dance. Why not put the two together and see what happens. And that's what happened. Ja, also das ist, was passiert. Oder das, was passiert, wenn man eben tanzt und Violine zusammenbringt, das zeigst du. Und so ist es auch gekommen. Sie tanzt gerne. Sie spielt gerne die Geige. Und beides zusammen ergibt dann eben diesen riesengroßen Erfolg. Wir werden dich gleich live hier bei uns im Studio sehen. Magst du einen Glühwein? Yeah? You want to drink something? Oh, actually, I don't drink alcohol. But thank you. I hear that I'm missing out. Okay, kein Alkohol. But how do you celebrate Christmas? With a tree and a hat like this? Oh, yeah, totally, definitely, yes. Don't hear it. And cookies. Was die Zuschauer nicht wissen, wir feiern alle zusammen Weihnachten hier in dieser Hörtelung. We will do it all together here. Das waren Promi Insider. Die ganze Familie mit dieser tollen CD hier versorgen. Lindsay Stirling, ihr Debütalbum, hat schon Gold hier bei uns in Deutschland. Im Netz ist sie ein Star und wir sind super stolz, dass sie heute Morgen bei uns ist. Und sie spielt live. Lindsay tanzt Geige Vollgas. Einfach schön. Bitte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.